Ja liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening und zwar ist diesmal ein Specialgast dabei. Nee, ich bin nicht. Hallo. Ich ist Lina. Falls ihr sie noch kennt, sie ist meine Schwester. Achso, ja. Wir werden heute ein bisschen größeres Case Opening für uns haben, denn wie ihr seht... Nummer 2. So, wie ihr seht, habe ich ein paar Nummer 2 Cases zu mir gelegen. Wir haben viele, drei Seiten. Und ja, das ist irgendwie so als, keine Ahnung, einfach so als Abonnenten-Speak, weil ich einfach voll Bock auf die Cases habe. Weil die Skits einfach so geil sind. Und wenn die Zeit noch reicht, gibt es noch ein Special am Ende. Aber ich bin mir nicht mal selbst sicher, ob das ein Video wird oder zwei Videos. Ähm, äh, falls es ein Zweiteiler wird, ähm, kommt, ihr seht ja heute, Samstag, 18 Uhr und dann morgen, Sonntag, 18 Uhr, der zweite Teil mit dem Special dann am Ende. Also schaut da auch rein und, äh, ich würde einfach mal sagen, wir starten hier mit der ersten Case. So, los geht's. Was ist das denn? Ja, das wirst du dann erfahren. Oh, fängt gut an. Darf die haben. Aber nicht, dass es jetzt zu allem sagt. Oh, die ist echt schön. Ich muss mal den Song bisschen neu machen, weil dieser Song ist einfach nur so geil. Oh, nochmal! Bleibt mir nur noch 98 übrig, so. Ja, also ich hoffe mal, natürlich hier auf so eine Hyper Beast, selbstverständlich, oder eine AK Elite-Bild, die sind natürlich auch geil. Und hier natürlich auf so ein rares Spezial-Item. Weiß nicht, was sagst du, welche, welche Case ich ihn öffne? Die da. Die da? Okay. Oh, da war eine Hyper Beast. Oh, eine Sort of Origami. Ich glaube, wir machen mal das andere System. Ich glaube, wir nehmen mal die Keys und sagen dann, das da. So. Dauert zwar ein bisschen länger immer, weil ich auf die Kiesel hinzuziehen muss, aber. Fäh. Stell dich zu an. Ich glaub, was? Neu. 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 Ende für alle haben jetzt dass wir haben dreißigster dreißigster ich muss jetzt die nehmen wo wir wollen 22 22 wenn man sich die von 30 nehmen und ich habe die falschen kies genutzt und eine ohr ein jahr kaili bild ist ja da aber ich mache jetzt einfach hier von ja genau so wollte ich da habe ich nicht mit 30er vorne das passt nur blau nur blau lina meine banane eine necke er kommt es ist reich das schon fast wieder zu einem schweig ab er hat in dem doch weiter und und ich kann dir einen reinhauen mir so schön durch die hau ich habe wahrscheinlich alles an blau kriegen die haben ja überhaupt noch nicht gehabt ist ja krass blau ich muss immer darauf achten nicht dass ich die falschen nehmen nachgleich den trade die machen weil ich zu wenig kies habe scheiß doch auf die drei er wird man kann einiges gegen das was sie jetzt zwei ikon sind und ein ungegen mit einem die Prozent der Räuse in dem ich konnte man die aufpassen sind die wenig bis nach verdienen okay es sei ich immer dass und den letzten Container und erinnern im englischen heißt es irgendwie so in Frage nicht Ok da war's die ist aber abgeranzt das war schön ah die hat aber gerade so die sich die Haare nicht richtig scheiße die kann ich eh erst in einer Woche traden wegen dem scheiß Steam Girl nächste Woche traden und eine oh eine StatTrak sound off ist ja krass ja der ist noch nicht online der Durchfall oh die haben wir noch gar nicht gehabt ja die sieht eh immer gleich aus egal auf welcher Condition da sehen wir mal das ach komm schon irgendwas muss da dabei sein bitte 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 uuuuh eine Farmers Gin Mühle ist der letzte Rotskin in der der ist voll hässlich naja dann Gabi vielleicht Paddy Paddy mag sowas kennst du diese komischen Jungs die immer solche T-Shirts anziehen die genauso aussehen mit irgendwelchen Hölfen drauf oder so ja das ist voll schlimm oh man so ihn hab ich in der Klasse um Gottes Willen der trägt immer große was zum Bauchnabel dann so ein sexy T-Shirt und dann Sandalen mit Socken und dann Sandalen mit Socken ja Gott kann man machen so den kann ich auch noch benutzen so den kann ich auch noch benutzen so nicht dass es nachher stört gerne ich muss alles bearbeiten mal bei meinem Handy weiß ich dass es nicht stört so wann haben wir angefangen können ich muss eben auf die Urkunde so komm schon komm schon komm schon oh okay die ganze Zeit ja aber vielleicht wenn ich ein Stat-Track-Kontakt Stead, check, trade, up. Nein, keine, keine. Willst du mich verarschen? Diese scheiß Negev, Alter. Ich kann sie in den Müll schmeißen. Komm schon, hier ist so lila oder rot oder irgendwas, aber doch. Eine Warm God. Hab ich schon fünfmal. Nein, ich habe vorgenommen, jetzt einfach zu spielen. Als Maul. Okay. Nicht du. Das sind, Asla! Auch die doch schlafen. Der wir hier schon fünfmal. So, ich weiß, Profi, Profiaufnahme, wo man aber nicht davor offline stellt. Ah, wie das ein schlafen. Ah, schon wie eine reine Liedbild. erstens weil es auch wenn ich habe mich so gefreut wird in den lieben zu ziehen da habe ich keine einzigen zu nur noch was zu tun mit diesen fünfmal heilige Schäden zum Schönen zum Schönen ich bin ein Papier möglich die Mauer und dann war zwei Echels st eine Nähe sie haben wir auch noch gar nicht gezogen das ist der mit der letzten Box und wir kommen voran nur 30 Sekunden Prozent hatte man nicht mehr loszufahren drei Viertelstunde kaum nicht ja und vor der einzige ist die die von der collection noch nicht sie geht jetzt ein Leben das andere mit der Klinik der Klinik ist der Klinik sie ist mir nicht erzählen unmenschlich kann die Kiste nicht einfach aufgeben jetzt war das ein Problem ist einmal so und so bei den Medien die Schiene nicht so das ist ja ein das ist ja ein Leben Koma Achtung sind nicht auch nicht in der Sagen kommt geben die Gelder die Vermeidung es wird schwer 3 Schöne bis zu einem Anliegen gedacht das scheiße ist und ich hätte ruhig sein dass sie so genießen kann ich dass es rauskommt da ich nicht immer wenn man was auf den Brüder ist die Stelle und dann habe ich auch schon wieder was neu ist und bringt es nicht er kommt bei den Diener auch mal 1 2 3 Diener einmal die große Auswahl 2 mit dem Haus in der Zwischenzeit und er ist das ich habe nie mein Leben als besorgen Wenn da ein gutes drin ist, würde ich eher mein altes geben. Und was hast du denn? Das, was wir vorhin angeguckt haben. Ich hab das nicht, Juni. Du willst jetzt unbedingt, dass da ein Life rauskommt. Nein. Aber nur wenn es ein gutes ist, habe ich gesagt. Nicht wenn es so ein scheiß... Fast wie sich was ist. Fändest du, dass der Fahrradtasch aus der Hälfte ist? Und voll Steadypad und wie die alle heißen. Voll eklig. Ich weiß nicht, was man daran schön finden kann. Das wird so oft gekauft. Weil Jan hat sich nicht so eins gekauft. Und hat es nach meiner Wette verloren. Sie ist gut, dass er das echt gemacht hat. Ja, der hat 50 auf einen Satz und hätte kurz einen Gewinn gemacht und alles verloren. Mit seinem Life. So, jetzt muss ich gucken. Ja, es sind wohl immer zwei, ja. Nicht, nicht, nicht. Nein, nein, nein. Okay, hier geht's weiter. 29. Okay, hier geht's weiter. 29. Das ist... Das ist nicht am Sonntag. Das ist nicht am Sonntag. Okay, okay. Ich muss jetzt genau aufgehen. Oh mein Gott. Was ist die? Was ist die? Was ist die? Was ist die? Field Test. Alter, ich hasse dich. Oh scheiße. Und im letzten hab ich's erst weggetradet von den Rotz. Ah ja. Dem kau ich. Ich hab dich nur geknackt. Wo geht's weiter? Ich weiß nicht, wo's weitergeht. Hier. Die Frage ist, was mach ich jetzt mit Niesen? Negev. Kannst du so ein Negev fährst? Mähn und Wohr. Ja, oh, oh, ist halt grad gelegt. Aber ich bin auf... Warum bin ich so auf... Ja, ich muss eben auf die zweite Seite gehen. Ey, kotzt mich da. Anna! Amana. Amana, Köln. Und, 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 und... Okay, wird noch die Negev. Ich hab' dacht, es wird die Negev. So. Ja, gut. Pink als erstes, das heißt, wird eh blau. Warum sag ich es eigentlich? Es wird eh blau. Wann weiß ich es nicht? Jetzt mal, lass mal gucken, wie weit es denn geht bis zum 19. Ah, okay, bis zum... Okay, das passt. Das kann, das kann sein. So. Und, 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 und... Und... Äh... Die hätte ich gern mal ins Deathrack, weil die würde ich selber spüren, weil ich finde die eigentlich voll geil. Ja, die sind voll schön. Wenn du dir mal anguckst... Wenn du dir mal als allgemein anguckst... Die sich, dieses Kind, allein blau, hallo? Ja, übel. Das und... Ja. Ich hoffe, das hört mal nicht. Ja, 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 ja. Da hat ein Mikro schon immer so empfindlich eingestellt. Ja, ja, ja. Ich hab' einen lachen, ich hab' dich auf. Nein, lach mich nicht auf. Okay. Ja, nein, von dir auch. Ne, 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 ne. Eine Elite-Bild, die hätte ich auch gern mal ins Deathrack. Ich hab' ich schon so oft. Aber da, guck mal. Voll geil, eigentlich als Ark-Skin. Irge. Als Blau. Wenn du mal überlegst, die kostet in Factory New, Deathrack kostet die noch 20 Euro. Ja, okay, Deathrack Galil, geh an mir vorbei. Gerade sag' ich's noch. Gerade sag' ich's noch. Dein Mudi, dein Mudi, ja. wenn es noch gut ist nicht was scheiße ich hoffe müssen zu holen wie gesagt haben wir noch eigentlich ist völlig unnützlich und schlüsselt den schlüsseln mit welcher Kieler da erinnern das alles 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 geplant und durchgedacht welchen Kälschen machen schlösser aber die sechste er verfügbar ist das heißt dass damit der sechsten Kiste er ist das Sext ist bei den Städter immer oft der Glücksbringer irgendwie irgendwie nicht dann machen wir dritten im dritten mehr dritte mit dem dritten das ist etwas das vielleicht nur das erste mit den ersten Schlimm ist ich kann er jetzt nicht das erste da verwenden, das ist halt das Schlimme Naja, das macht alles ein bisschen komplizierend Ja Oh, jetzt hab ich gerade mein Bildschirm Stinkefinger gezeigt No, das bestimmt beleidigt gleich genau Warum lieg ich? Ich hab extra schon extra extern in die Steckdurse reingeschickt, dass mir ja nicht mehr abkackt nicht mehr Ja, guck mal, der Max-Tenheed für dich Ich glaub, die heißt Heed Heed Die heißt Heed, hee Heed, hee Heed, ja Komm schon, jetzt noch irgend irgendwas, komm schon, ja gut, nee, Liedbild kann man lassen Komm, die Heide, wie's ich weiß, aber ich vielteile kostet gerade 150, 160 Euro Da hab ich etwa die Hälfte wieder rausgemacht Der passt so voll Und ne Bananen ins den Trick ich auch gern Ah, die könnte er nicht? Ne, du kriegst meine alte Bananen Okay Nein Nein Denk nicht dran, irgendwas auszuseigen Ich, ich, das sag gar nicht Komm, was? Wormgott! Wormgott! Fünfte Wormgott! 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 Könnt, wir könnten Wenn wir Glück haben, könnten wir einen pinken Trade-Up machen Wenn wir Glück haben Pink ist schön, blau ist schöner Lina ist ein bisschen bali, bali im Kopf Lina ist ein bisschen blau im Kopf Ja, das sehe ich auch Warum? Ich bin entspannt Ich bin entspannt ich bin nicht schwant, ich bin nicht schwant, ich schalte nicht mein Fenster ein keine Drücke oder Lina geben was? nix man warum? weil die so leicht weg geht guck mal wir haben ne Soda wow die hatten wir noch nicht ne ich kann mich auch nicht daran erinnern iiii iPhone iii Shung Shung iiii so komm schon jetzt komm schon wow cool ist Soda iii Kelly iiii Lina iii Kelly mit Lina einfach die ist nicht viel größer wie du oder? ah ah echt nicht die ist leicht 1 6 3 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 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6